Ne? Ja, stimmt. Oh, schön. Schön durch Pilze gelaufen. Wunderschön. Diese Halluzinationen sind immer toll, ne? Ja. Deswegen machst du das. Schon süchtig nach diesen Hallus. Nach den Hallus. Äh, okay. Ich steck fest. Ich häng irgendwo zwischen Bäumen und Felsen. Aber ich komm raus. Solus hätt ich's halt abgebaut. Das ist die Hauptsache. Ach stimmt, den Revenger wollte ich holen. Deswegen wollte ich. Ja, egal. Dafür bleibt später noch Zeit. Ja. Dann reite ich später dahin. Achso. Achja, stimmt. Deswegen hast du zuhause gespawnt. Ach, Mensch. Ja. Da war ja was. Ja. So. Warum sind überall Raptoren, ey? Naja, weil wir sie haben wollten. Kackviecher. Ne? Immer zu zweit. Ups. Niemals können sie sich auf ein 1 vs. 1 einlassen. Na, noch mehr Raptoren. Ja, cool. Vier Stück hier gleich. Ich lauf mal ins Wasser. Oh mein Gott. Am besten ziehst du sie alle und bringst sie einfach mit. Ja, ich sehe unser Feuer, aber ich bin auf der anderen Seite des Flusses. Das ist ein bisschen ungünstig. Mhm. Aber ich spring grad von Stein zu Stein. Bloß nicht das Wasser berühren. Das Wasser ist Lava. Ja, ja, ja. Ach, man kann im Wasser laufen, lol. Ist ja gar nicht so tief. Pff. Pff. Aber die Tiefe spielt auch keine Rolle, wenn es Lava ist. Ja, stimmt. Hallo. So. Meine Leiche will ich trotzdem wieder haben. Mr. Revenger. Wenn du noch irgendwo hier bist. Stimmt. Hm. Wahrscheinlich bewacht er meine Leiche. So ein Camper-Schwein. Ne. So. Ne. Weißt du. Geht's auch nicht. Also jetzt gibt's auf jeden Fall genug Steine und genug Holz. Ich hab jetzt 78 Steine und 76 Holz. In der Kiste für, äh, für die Werkbank war das, ne? Mhm. 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 Möchtest du den Revenger nicht? Ich komm mal nach Hause. Hm. Wahrscheinlich eng gesehen, dass ich stärker bin als er. Hm. Bestimmt. So. Äh. Ach du meintest gar nicht die Kiste, oder? Ich meinte die hier direkt vor unserem Haus. Ach so, hast du noch ne gebaut oder was? Ja, ich hab vor der Nische noch eine gebaut. Ach so. Damit falls irgendetwas passiert, wie immer da rankommt. Hier. Hä? So. Huch. Gesteinfundament. Jaja. Aus Versehen gebaut. Ach kacke. Äh. Ich brauch hier noch die Metallbahn. Das war ja gar nicht ausgemacht. Ne, ich hab noch ein neues Metall reingemacht. Ach so. So. Ach so. Sehr schön. 17 Metall. Sieht doch gut aus. Herstellung. Hm. Oh cool. Rezepte hast du ja gefunden gehabt. Hm? Wie? Hast du denn Rezepte gefunden? Nö. Wieso? Dann. Ach so. Dann. Weil wir haben hier Focal Chili als Rezept. Ach so. Das waren wahrscheinlich die Karnos, die wir getötet haben. Nice. Und Räucherfleisch. Cool. Und dann sind hier noch 19 Steinpfeile drin. Dann wird dir einfach mal ein Speer getroppt. Hahaha. Nice. Also ich würd sagen, die Pfeile solltest du dir dann rausnehmen. So. Ich mach uns erstmal beiden jeweils eine Spitzsacke. Hm. Muss ich grad mal gucken, was der Skorpion gefunden hat. Oh. Nicht so viele Sachen. Hm. Hm. So. Mit der Spitzsacke können wir gleich Eisen holen. Und dann können wir noch eine zweite Axt bauen. Ich hab erstmal nur eine Axt gebaut. Die kannst du schon mal haben. Mhm. Liegt hier in der Werkbank drin, ne? Ja, super. Nehme ich mir gleich. Hm. Hole ich schon mal Metall? Na stimmt, der Baum hier ist auch schon nachgewachsen. Das geht wirklich schnell. Oh, hier ist ein Dodo gespawnt. Ich zieh mich, mein Freund. Brauche ich noch Bären? Ja, ich hab drei Bären. Ich hoffe, das reicht für dich. Hm. Süß. Der wird sich jetzt wahrscheinlich auch verarscht. Warum? Vielleicht reichen drei Bären. Wer weiß. Hm. Ah, so sammelt sich das Metall schon viel besser. Ah, ist das schön. Oh. Ah, ist das schön. Okay, jetzt ist der Stein kaputt. Gut, dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein Floß. Hm. Hm. Du, mein Freund, musst leider sterben. Oh. Es gibt kein Entkommen von meinem Speer. Außer, du flüchtest ins Wasser. Das erlaube ich nicht. Haben die drei Bären gereicht? Nein. Hast du noch Bären am Start? Ja. Magst du hier in unsere Höhle kommen und ihm ein paar Bären geben? Eine Bäre kann ich mir noch geben für den Zeitvertreib. So. Warte, ich hab glaub sogar noch Narkosebären. Ja, die brauchst du ja nicht. Ist ja nur ein billiger Dodo. Sicher. Ja und? Wo ist denn nicht die Feuerstärkung? So. Äh. Ich hab nämlich noch 20 Fleisch am Start. Vor allem braucht er nicht es gut. So nimm die denn? Boah. So nimm die denn? Ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Arschloch. Nein. Beleidige nicht unsere Dodos. Warum nicht? Ja. Keine Ahnung. So. Yay. Ach Level 4. Wie süß. Ne, die sind ja immer so zum Eierlegen da, ne? Joa. So. Ähm. Hm. So. So. Ähm. Gut. Dann brauchen wir jetzt, äh, ganz ganz viele, äh, Strohdächer. Okay. Damit bauen wir halt erstmal das Fundament auf und dann packen wir da der Stein drauf. Zur zweiten müsste das eigentlich auch recht fix gehen. Mal gucken. Oh, ist das schön mit der Eisenspitzhack. Oh, so viel Stroh. Ne. Hehehehe. Also ihr seht, wir haben immerhin das geschafft. In dieser, ja. In dieser Staffel. Ja, genau. Oh, wie schnell das geht. Ich habe hier fast 100 Stroh durch 3, 4 Boi-Mae. Yay. Ich freue mich so sehr. Aber gleich habe ich eine, äh, eine, äh, Stahl-Axt. Und dann geht's richtig ab. Dann hole ich auch Holz ohne Hände. Kann dann richtig fix auch das Floß bauen. Jetzt kommen wir richtig schnell voran. Ja, und dann ist die Staffel vorbei. Äh. Ey, wenn wir das diesmal wieder nicht richtig gesichert bekommen, ne. Beim nächsten Mal drehe ich durch. Ich fange nicht nochmal von vorne an. Kann ich verstehen. Okay. Essen. Oh, endlich essen. Hups. Yay. Noch mehr essen. Noch mehr essen, noch mehr essen. Ach, nee. Ein Metall noch. Du hast deine Metall-Sachen gar nicht abgeholt. Was ist los? Nee. Ich war noch beschäftigt mit Essen zusammensuchen. Achso. Weißt du, ich ess lieber erstmal was und hol dann meine Metall-Axt. Bring sonst nichts mit Metall-Axt zu verhungern. So. Halt. Das war doof. Ne. Was fehlt dir noch? Leder. Was fehlt dir noch? Das ist dann. Ja, stimmt. Siehst du? Die Betten brauchen wir auch noch. Hattest du eigentlich nur die Betten gelernt oder ich auch? Also ich hab Betten gelernt, das weiß ich. Was du gemacht hast, weiß ich nicht. Nee, da ich hab auch Betten. Ach du Heilige. Also ich hab 35 von 40 Leder dafür. Doch. 19 Pfeile hat der eine Raptor. Habe ich doch gesagt. Das ganze Leder hast du schon rausgeholt oder was? Hm. Bei den Pfeilen hab ich gesagt, dass es besser ist, wenn du die nimmst. Achso. So, das Leder mach ich jetzt aber auch erstmal in die Werkbank mit rein einfach. Hast du jetzt sogar schon zwei ähm, für mich jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt auch schon eine Metallschutzung. Jaja, wir haben jetzt alles doppelt. Oh cool. Perfekt. Ein und frei. So. Ich werde erstmal mein ganzes Zeug hier loswerden, was ich nicht brauche. So. So. Wobei, will ich das? Ach, scheiß. Ich dachte grad, wirst du, verbrauch ich erstmal die alten Sachen, aber wozu? Scheiß drauf. So. Ist ja gleich alles viel schneller hier. So. Das Haus wurde begrüßt. Ja. Ich bin hier direkt am Vorgang die ganze Zeit, ey. Hier am Lagerfeuer ist was drin. Ich hab mich bemüht, dass Essen da ist. Nichts. So, was haben wir hier? Strohdach. Wie viele Strohdächer noch erstmal unbestimmt? Äh, ich würd sagen, du machst am besten die Steindächer, weil sie mehr Erfahrung geben. Und ich mach erstmal die Strohdächer. Okay, alles klar. Kann ich direkt hier bleiben? Oh, hier ist ein Sarko. Ja. Ja, der ist da oben, ne? Der ist da, wo die, äh, äh, äh. Team Revengerfeuer waren. Hm, hab ich schon gesehen. Da gegen unsere Tiere hat er keine Chance. Ja, stimmt. Sarko ist ja relativ easy im Vergleich zu anderen. Das stimmt. Ah, so schnell, so schön Holz bekommen. Zack, 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 alter. Ich rede durch. Cool, oder? So. Hm. Also ich hätte ja schon Lust, diesen Sarko auch zu zähmen, ne? Ja, das glaub ich. Ja, das glaub ich. Das glaub ich mach mehr, äh. Obwohl wir haben das ganze vergammelte Fleisch jetzt zu Hause gelassen, ne? Schade. Hm, naja, der Sarko hat schon wieder ne ganze Menge. Ich werde mal gleich schauen. Ja, wie sag ich. Ja, wie sag ich. Also ein paar Wände wäre schon cool vorher. Ja. Ich bin nun mächtig geworden. Hast du das geschafft? Schöne Pilze oder was? Nein. Äh, keine ausdauernd gearbeitet. Hoppalle. Na ja, geht ja gleich ganz schnell. Hm. 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 So, ich wird das auch mal so machen, das äh, sobald das Metall da ist, würde das einfach abbauen. Joa. Ist der schon wieder da, oder was? Na da waren noch zwei Почему und da ist irgendwie nur einen abgebaut. Ne, dann muss doch andere da nachgewachsen sein und mir war alles leer. Ne hub stotバut... Ja. Ja, 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 ja. So ist das. Ich glaube, ich bin jetzt böse überladen gerade. So, soll ich mir was sagen? Ich kann mich kein Stück fortbewegen. Gino! Guck nicht so, komm gefälligst her. Das ist aber auch echt verführerisch, da einfach noch mal weiter mit drauf zu hacken. Aber ich kann es ja fallen lassen, mich bewegen, neben den Dino stellen und wieder aufheben. Oh. Und dann einfach den Dino überladen. Du hast es so gewollt, Raptor. Das ist ja, ich stand da neben, hat mich ausgelacht. Und, kann es jetzt noch laufen? Ja, ich kann wirklich noch laufen. Cool. Ne, komm. Das ist doch schön, diese Rohstoffe zu farmen, ey. Als wenn ich, als wenn jeder Schlag eine Folge ist, weißt du? Ja, das stimmt allerdings. So fühlt sich das an. Ich frage mich, wo der Revenger hin ist. Ganz ehrlich, das habe ich mich auch schon gefragt. Irgendwann greift er uns an. Irgendwann. Mhm. Aus dem Hinterhalt. Weil er sich denkt so, yes, jetzt. Ja. So? Hm. Hm. dann würde ich sagen als nächstes die armbrust die hast du ja gelernt dann würd ihr nicht